WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Was ist das? Wir haben sie zurückgeschlagen. Stiles, Daniels, zu mir. Granaten und Rauch, wann immer du sie brauchst. Wir halten die Position, bis Pearson kommt und stürmen den Hügel gemeinsam. Vielleicht hat er die Mühle umgangen und ist allein los. Er hat nicht genug Männer. Das hat ihn noch nie aufgehalten. Ich sagte, wir warten hier. Und genau das werden wir tun. Bei allem Respekt, Sir. Was, wenn Stiles recht hat und Pearson vorgegangen ist? Dann ist das mein Problem, Daniels. Ich hab da so ein Bauchgefühl. Wenn ich mich nach Ihrem Bauch richten würde, Private, wären wir immer noch auf dem Bote der Normandie. Genau. Pearsons Trupp wurde bei Kassarin ausgelöscht, oder? Die Geschichte wiederholt sich. Hoffentlich nicht. Ich will wissen, was wirklich passiert ist. Ja. Nun, ich trau mich nicht, Turner zu fragen. Aber wenn's dich interessiert... Wenn ich vorschlagen dürfte, Sir, vielleicht gehen wir besser zum Sammelpunkt. Noch nicht. Pearson wird kommen. Sir. Ist das wahr? Führte Pearson die Jungs in den Tod am Kassarin-Pass? Hören Sie, Daniels. Wenn Sie ein eigenes Platoon führen, gibt es zwei Möglichkeiten. Schlecht und schlechter. Achten Sie auf Ihre Männer. Nur so werden Sie das durchstehen. Sagen Sie das, Pearson. Sergeant Pearson... ...beten Sie, dass Sie nie in die Lage kommen. Lieutenant! Eine Übertragung von Baker. Sie greifen Högel 493 an. Pearson ist bei Ihnen. Was? Er hat unsere Jungs und das zweite Platoon. Falken! Stopp! 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 Ranbleiben! Na los! Na los! Vielleicht ist Pearson noch am Fuß des Hügels. Ich schätze, darüber sind wir hinaus. Geht einfach weiter, verdammt! Das sind unsere Jungs! Ternius! Geht's dir gut? Alles klar. Wo ist der Rest? Pearson greift mit Ihnen die Kanonen an. Wir wollten auf Verstärkung warten. Ihr köpfiger Mistkerl! Wir kommen zurück! Schlecht! Sie brauchen uns! Runter! Aus der Riese kommt! Es geht keinen Weg drumherum. Wir müssen auf diesen Hügel rein. Munten bleiben und vorrücken. Werfen eine Granate! Schöne! Wer für Granate? 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 Los geht's auf! Ausgeschaltet! Schön, dich zu sehen, Kumpel! Was zum Teufel haben Sie sich gedacht? Ich bleibe der Mission treu. Unser Pionier muss diesen Bunker sichern. Es ist doch nicht vorbei! Daniels, Prinziphark hat dicht genug an den Bunker ran, um eine Ladung zu platzieren. Jawohl, Sergeant! Daniels, sag, wer du bereit bist! Den Kopf runter und los! Staufeuer gehen! Vorrängst! Los, los, los! Deckungsfeuer! Los! Daniels, schulde die Ladung und bring sie erst zu Ende! Okay, brauche Deckung! Ich hole mir die Ladung! Ich hab sie! Ich versuch's! Brauche Deckungsfeuer! Ab ihn erwischt! Wer ist an Ihren? Ich hab ihn erwischt! Ich sehe sie! Ab ihn erwischt! Ladung platziert! Zurück! Ab ihn erwischt! Wie viele Verluste? Das war unsere Mission. Wie viele? Wir sollten diesen Hügel einnehmen. Sie hätten warten sollen. Das ist aber keine Zeit. Was ist mit den Mehlern? Das war ein Befehl. Zur Hölle mit den Befehlen. Denken Sie, ich wollte das? Wir sind Räder in einer Maschine, Joseph. Ohne klare Befehle geht alles den Bach runter. Haben Sie das vergessen? Das sind Männer. Unsere Männer. Haben Sie das vergessen? Diese 150er-Feuer noch auf unsere Position. Immer weiter. Wir schalten sie aus. Daniel, die Artillerie ist nach vorne. Öffnen Sie die Tür. Granaten und Rauch, Daniel. In einer Reihe bleiben Sie. In einer Reihe bleiben Sie. In einer Reihe bleiben Sie. Ich brauche Munition, du Teld. Hier. Wir bleiben. Was macht es? Meister in die Granate! Oh, aber ich brauche uns granaten. 3 4 4 4 5 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 6 7 7 9 5 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 6 5 6 6 6 6 6 6 7 7 8 9 9 10 9 10 10 10 10 10 11 12 12 12 15 15 15 15 15 16 16 15 16 16 15 16 16 16 17 16 17 17 17 18 19 19 20 15 20 21 19 21 22 20 22 21 22 22 22 Das war's. Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Feindliche Verstärkung! Zurück! Ich habe es nicht! Lass mich zurück!